Vielen Dank, Friederike. Herzlich willkommen zurück, auch von mir. Wenn man in frühen journalistischen und auch wissenschaftlichen Texten über TikTok nachliest und auch heute noch in der Wikipedia nachliest, dann wird TikTok häufig als Lipsync-Plattform beschrieben. Wir wissen alle, dass TikTok mehr ist als nur Lipsync, aber trotzdem ist Lipsync immer noch ein wichtiges Formprinzip auf TikTok. Und um Lipstyncs zu einer ganz bestimmten Art soll es mir gehen in meinem Vortrag. Und das wird, denke ich, sofort klar, wenn ich mal zwei Beispiele vorspiele. Dan, do you support Lala-Lala? Yeah. Do you support LGBTQ? Genau, also in den Videos wird zu einer bestehenden Soundspur ein neues Video produziert und der gesprochene Text Original-Sounds wird dann durch einen neuen geschriebenen Text ergänzt oder, so möchte ich es nennen, wird eben überschrieben. Und meine These ist dabei die, dass diese Überschreibungen, Auslöse für metaphorische Mappings sind, wie ich das nennen möchte, und diese Mappings werden durch orchestrierte multimodale Pews noch zusätzlich getragen. Und um das zu plausibilisieren, möchte ich wie folgt vorgehen. Ein bisschen was zur Multimodalität auf TikTok allgemein, dann möchte ich was zu multimodalen Metaphan-Theorien sagen und das dann auf Beispielanalysen anwenden und die Befunde dann am Ende rückbeziehen auf das Thema Magnification. Genau, also Kommunikation auf TikTok ist multimodal, das heißt, es werden verschiedene semiotische Ressourcen, wie zum Beispiel Video, Musik, Geräusch gesprochen, Sprache geschriebener Text und so weiter in multimodale Gesamttexte integriert. Wenn wir uns die Plattform selbst anschauen, eine App, wo wir ja normalerweise TikTok konsumieren, dann kommen noch andere Dinge dazu, wie die Captions, die ganzen Buttons und so weiter, ausgesprochen komplexe multimodale Kommunikate. Mein Verständnis von Zeichenmodalität möchte ich kurz darlegen, ich orientiere mich daran Hartmut Stöcke, der definiert Zeichenmodalitäten als an Sinnesmodalitäten, wie Sehen und Hören zum Beispiel, die gewundene, medial realisierte und intern nach bestimmten Codes strukturierte Typen der Zeichenprozessierung. Stöcke hält dabei, stimmt dabei, als Hauptmodalitäten Sprache, Bild, Musik und Geräusch. Und bei Sprache kann man sich schön klar machen, das wird auf zwei verschiedene Arten und Weisen medial realisiert, als gesprochene Sprache und als geschriebene Sprache, was man auch in andere Modernitäten übergreifen kann. Also gesprochene Sprache in Richtung Musik, geschriebene Sprache in Richtung Schrift, Bildlichkeit. Wir können dann bei gesprochen und geschriebener Sprache von Submodalitäten sprechen. Und all diese Zeichenmodalitäten sind ganz allgemein gesprochen Means of Meaning Making. Das heißt, das sind Ressourcen, um damit bedeutungsvolle und kommunikativ anschlussfähige Zeichenkomplexe zu erzeugen. Okay, und die Auftrennung in einzelnen Modalitäten ist eigentlich eine analytische. Also die Multimodalitätsforschung ist eigentlich aktuell eher auf dem Stand, dass reine Sprache, also monomodale Kommunikation eigentlich nur ein theoretisches Artefakt ist und dass Sprache eigentlich immer multimodal ist. Aber gerade bei TikTok gibt es einen besonderen Grund, vielleicht doch nochmal diese Trennung vorzunehmen, weil wir nämlich unten rechts diesen Sound-Button haben, wo wir draufklicken können. Dann können wir den Sound rauslösen und können dann mit diesem Sound wiederum neue Videos dazuschalten. Und wir sehen ja, dass die sich auch alle ändern in dieser Gestik. Und wir können dann, wenn wir diese Videos produzieren, nach wie vor Bild und Ton unabhängig voneinander bearbeiten. Und genauso ist es auch mit dem Text. Auch der ist unabhängig davon technisch repräsentiert. Das heißt, aus einer Produktionsperspektive können wir wirklich hier von unterschiedlichen Layern sprechen sozusagen. Und hier möchte ich den Begriff von Bateman et al., das Canvas, nochmal vorkragen. Canvas, also die Leinwand, das definieren sie as anything where we can inscribe material regularities that may then be perceived and taken up in interpretation. Und das finde ich sehr plausibel, das auf TikTok anzuwenden. Wir haben also die Sound-Spur, die Video-Spur, die Textfelder und all das wären solche Canvases. Und bei den Lip-Sync ist es also so, dass der Sound-Canvas herausgelöst und dann mit neuen visuellen und textuellen Inhalten kombiniert wird. In der Medialinguistik würden wir hier von Rekontextualisierungen sprechen. Und Jäger hat ein ganz tolles Zitat, was lange vor TikTok formuliert wurde, aber es passt einfach so wunderbar. Er beschreibt die für digitalen Medien typischen Verfahren, in dem symbolische Artefakte aus ihren vorgängigen Zirkulationsbedingungen gelöst und zur Neubearbeitung bzw. Wiedereinfädelung in den semantischen Haushalt unter neuen Kontextbedingungen vorübergehend stillgestellt, zitiert, paraphrasiert, expliziert, kurz D- und rekontextualisiert werden. Das ist für mich eigentlich im Prinzip wie eine abstrakte, blumige Umschreibung, aber doch von TikTok, wie eben hier dieses Herauslösen von Sounds und so weiter funktioniert. Also Sounds werden rausgelöst und wieder eingeführt, sie werden aber zitiert, paraphrasiert, aber eben auch, das möchte ich ergänzen, sie werden überschrieben und dadurch metaphorisiert. Und damit sind wir bei der Metaphertheorie, weil wir so viele Nicht-Linguistinnen hier im Raum sind, möchte ich hier ein bisschen Input noch nachliefern. Ich folge hier der kognitionslinguistischen Metaphertheorie, der zur Folge es sich um Konzeptualisierungsphänomene handelt, die sich sprachlich ausprägen können, aber nicht müssen. Eigentlich handelt es sich bei Metaphern um mentale Projektionsstrukturen, im Englischen sprechen wir von Mappings, bei der wir eine Sache im Lichte einer anderen betrachten, erstmal so ganz allgemein. Wir sprechen dann technologisch von der Target-Domain, dass der Zielbereich, der im Lichte einer Source-Domain betrachtet wird. Und dann werden Ähnlichkeitsbeziehungen konstruiert. Es gibt dann dieses berühmte Lehrbuchbeispiel, Zeit ist Geld, kennen wir alle. Hier wäre dann also Zeit ist Target, worauf bestimmte Merkmale der Source, Geld, projiziert werden. Eigenschaften, die relevant wären, wer zum Beispiel das Geld einen Wert hat und das Geld verschwendet werden kann. Und das wird genutzt, um damit Zeit genauer zu charakterisieren. So, ich habe gesagt, Metaphern sind eigentlich mentale Projektionsstrukturen. Das heißt, sie können sich sprachlich ausprägen, müssen das aber nicht. Es kann auch rein visuell geschehen, aber es gibt dann eben auch multimodale Metaphern, bei denen Target und Source in jeweils unterschiedlichen Modalitäten realisiert werden. Was sehr gut erforscht ist, sind Gesten. Zum Beispiel kann ich sagen, ich habe ja Zeit. Und dann wäre diese gebende Geste zumindest anschlussfähig an diese Zeit-das-Geld-Metaphern. So muss man sich das vorstellen. Und es gibt eben auch visuelle Metaphern im Kombination mit Text. Und das ist gut untersucht, gerade am Beispiel von Memes, typischerweise diese Text-Bild-Memes. Bühler und Merten haben in der aktuellen Studie das Termi-Lindner-Meme untersucht, wo die Metapher Politiker als Verkäufer durch dieses serielle Meme-Phänomen etabliert wird. Hier haben wir den Fall, dass der Text, das sind hier so typische Verkaufssprüche, der Text liefert also die Source und das Bild realisiert das Target-Politiker, was und dann wird eben Politiker als Verkäufer dargestellt. Genau andersrum, also wir sehen, es kann auch andersrum funktionieren, ist es bei diesen Image-Labeling-Memes. Hier liefert das Bild die Source-Domain und der Text die Target-Domain. Forceville, George Forceville, glaube ich, heißt es, der hat sich um die Systematisierung der multimodalen Metaphern sehr verdient gemacht und der bringt dieses Beispiel hier, was er Verbo-Pictorial-Metaphor nennt. Was sehen wir hier? Hier sehen wir Boxkämpfer und dann aber die Beschriftung Chess. Und umgekehrt, wir sehen Schachspieler und dann aber die Beschriftung Boxing. Das heißt, das, was wir eigentlich, wie wir eigentlich das Bild für sprachlichen würden, das wird überschrieben, ja, durch das, was dann tatsächlich dasteht. Und sein Argument ist, dass eine metaphorische Lesart die einzige Möglichkeit ist, diesen Mismatch zwischen Bild und Text aufzulösen. Und was Ähnliches, würde ich sagen, ist bei den TikToks der Fall, wie ich sie mir anschauen möchte. Dazu gehen wir nochmal in dieses Beispiel rein. Ich spiele es nochmal vor. Ich habe manchmal so richtig Lust bei Exzessiven, aber dann denke ich immer an, was soll ich? Wunderbar. Wir schauen uns zunächst mal nur bitte den gesprochenen Text und die Mimik an. Ich finde die Mimik hier sehr bezeichnend. Hier fällt dann so eine vierteilige Struktur auf. Ich habe manchmal so richtig Lust auf Ecstasies mit so einer sehr einnehmenden, freundlichen Mimik vorgetragen. Dann werden die Bedenken eingeleitet durch das Aber, legt die Creatorin so zur Seite und runzelt die Stirn. Und dann kommt das Erschrecken vor sich selbst, das Erschrecken vor dem eigenen Mut sozusagen, der eigenen Verwuchtheit, unterstrichen durch das Augenaufreißen. Und bei dem Besser nicht, die angedeuteten Zweifel werden, finde ich, sehr gut untermalt, durch dieses Hochziehen der einen Augenbraue, was diese Düstballons, diese Unentschiedenheit, sehr gut umsetzt. Also das funktioniert als solches erstmal sehr kohärent. Und dann kommt aber eben dieser eingeblendete Text. Und der ist ja weitestgehend ein direktes Transkript, nur dass eben Lust auf Ecstasy dann ersetzt wird durch Lust, mein Studium abzubrechen. Und hier finden wir das, was Forseville Simultaneous Cueing nennt in seiner multimodalen Tapantheorie. Er schreibt, if two things are signaled in different modes, metaphorical identification is achieved by saliently representing target and source at the same time. Das würde ich mal behaupten, sehen wir hier, dass also source and target at the same time präsentiert wird. Und man könnte jetzt diese Metapher mal versuchen so zu visualisieren. Die source, die also gesprochen, sprachkredisiert wird, ist das Ecstasy nehmen. Und das wird genutzt, um damit die Handlung des Studiumabbruchs genauer zu charakterisieren. Was wären mögliche Features, die hier aufgerufen werden? Ich habe versucht, das mal so zu beschreiben. Wir würden Ecstasy nehmen eher Party zuordnen als Gegensatz zur Arbeit. Es ist reizvoll, aber auch verbucht, auch verboten. Und gerade deswegen, weil es verboten und verbucht ist, ist es auch den bürgerlichen Erwartungen, den internalisierten bürgerlichen Erwartungen widersprechend. Und deswegen ja auch dieses Erschrecken vor sich selbst, die nur durch das Aufreißen der Augen. Und diese Metaphorisierung, würde ich sagen, wird durch die Mimik zusätzlich gestützt. Genauso durch die Musik, die im Hintergrund spielt. Da war ja so eine elektronische, an Rave-Partys, um in der Musik zu hören. Und so kriegt das Ganze dann doch einen kohärenten Sinn. Gut, für das nächste Beispiel muss ich eine Triggerwahl aussprechen, weil es hier um das Thema Psychiatrie geht. Das ist das berühmte Hi, mein Name ist Menorah-Meme, was bestimmt die meisten von euch kennen, die auf TikTok unterwegs sind. Hi, mein Name ist Menorah. Ich gehe jetzt auf eine K-pop-Party und ich hoffe, der Brief zerreißt mich. Der Brief hat mich absolut zerrissen. Okay, wieder das gleiche spiegel. Wir schauen uns erstmal nur den gesprochenen Text an, zusammen mit der... Hier ist es eher die Gestik, die ich hier interessant finde. Wir haben so ein sehr selbstbewusstes Aufzeigen. Ich melde mich, ich gehe auf eine K-pop-Party und so dieses direkte Zeigen, auf den da ist die Kamera, direkt der Zeigen auf den Zuschauer, dass die Geste bei, ich hoffe, der Beat zerreißt mich, das war ja ungefähr dieses hier, so eine abschließende Geste, im Sinne von, ich lasse mir da nicht reinreden. Ja, und dabei verschleiert auch der Blick so ein bisschen. Also diese rauschhafte Erfahrung wird vorweggenommen, das Extatische geradezu. Und dann kommt der Cut und dann heißt es dann, der Beat hat mich absolut zerrissen. Also die Erwartung wurde sogar erfüllt, wurde übererfüllt, was durch das Daumenhochzeichen unterstrichen wird. Auch hier ist der geschriebene Text wieder in Teilen ein Transkript, allerdings an entscheidenden Stellen ungeändert. Der Name wird geändert, das ist trivial. Aber dann wird eben aus dem Besuch bei der K-Pop-Party der Besuch beim Psychiater. Und statt, dass der Beat einen zerreißt, heißt es dann, dass der Psychiater einem helfen soll. Jetzt muss ich kurz hier... Genau, und der Rückblick darauf, dass der Beat tatsächlich zerrissen hat, also diese Übererfüllung der Erwartungen, führt dann dazu, dass man in die Psychiatrie eingewiesen worden ist. Die Rekonstruktion des metaphorischen Mappings ist hier nicht ganz so straightforward möglich wie in anderen Beispielen, aber ich möchte trotzdem mal einen Vorschlag machen. Ich würde Ihnen sagen, was du angedeutet, also auch hier wieder die gesprochen sprachliche, ist die Source, die K-Pop-Party, was kommt mit, um die psychiatrische Behandlung näher zu beschreiben. Man hat überzogene, aber zugleich auch übertroffene Erwartungen in diese Behandlung oder in diese K-Pop-Party. Und interessant finde ich auch, dass hier beides als eine leibliche, seelisch wirklich erschütternde Erfahrung dargestellt wird. Und dass der Beat einen zerreißt, meint natürlich im Sinne von sowas wie ekstatisch mitgerissen werden. Wenn das dann aber übertragen wird auf die psychiatrische Behandlung, dann wird das Zerrissenwerden doch auf eine ganz interessante Art und Weise, wie ich finde, literalisiert. Ich lese das Ganze als eine Bewältigungsstrategie, als eine persönliche Bewältigungsstrategie mit dieser doch einschmeidenden Erfahrung des Eingewiesenwerdens, aber auch als einen doppelböden kritischen Kommentar zur heutigen Gesellschaft, die zumindest angeblich, wie gesagt, angeblich eine psychiatrische Behandlung zur Freizeitaktivität macht. Das ist ein sehr subversiver Kommentar zu diesem Standing-Punk Psychotherapie und in unserer Erlebnisgesellschaft. Und auch hier, glaube ich, ist es wieder die Gestik und die Mimik, die dieser Leser zusätzlich trägt, die nötigen Kontextinformationen liefert. Trigger-Warnung zu Ende. Für das nächste Beispiel fasse ich mich kürzer. Hier sehen wir, dass sich der gesprochene Text und der geschriebene Text sehr weit voneinander entfernen können. Hey, do you support life on a letter? Yeah. Do you support the DTQ? Genau. Hier ist es ja gerade nicht so, dass man wirklich sagen würde, hier wird Präsenz-Uni mit LGBTQ-Bewegung verglichen. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern das, was hier dargestellt wird, ist die Widersprüchlichkeit, mit der Menschen das eine wollen, aber dann nicht auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen oder sich auch für die Konsequenzen dann einzutreten. Und das wird hier auf das Thema Präsenz-Uni produziert. Der kritische Verweis auf das vergehende Bewusstsein für Intersektionalität, was im Ursprungssound drin ist, geht dann natürlich in dieser Umsetzung dann auch verloren. Ich möchte noch ein anderes Beispiel zeigen, wo wir so etwas Ähnliches finden, dass also weniger einzelne Konzepte als viel mehr komplexe Konzeptrelationen aufeinander gemerkt werden. Das ist das Fick-Dich-Ich-Bin-Krebs-Mien. Ich habe dazu selber ein Video gemacht, aber man soll sich ja nicht selbst analysieren. Darum das von Lisa. Also hier geht es um die Unterschiede, die für Außenstehende minimal und vernachlässigbar erscheinen mögen, aber für die Eingeweihten doch sehr wichtig sind. Es geht auch um das emotionale Investment, was man mit dem eigenen Sternzeichen verbindet als astrologiegläubige Person. Das wird dann übertragen, projiziert auf die emotionale Verbundenheit mit dem eigenen Fach. So, dann fassen wir vorerst zusammen die von mir sogenannten Überschreibungen, bei denen also geschrieben und gesprochene Sprache sowie Gestik und Mimik miteinander kombiniert werden und auf die jeweiligen Canvases aufgetragen und orchestriert werden. Die lösen, so glaube ich, metaphorische Lesarten aus, um diesen Mismatch aufzulösen. Es ist dabei immer so, dass die Source gesprochen sprachlich und das Target geschriebensprachlich realisiert wird, was bestimmt auch mit der unterschiedlichen Verarbeitung dieser Sinnesmodalitäten was zu tun hat. Und so sind alle Modi am Mimik-Mimik beteiligt, auch Gestik, Mimik, Musik und so weiter und können auf engstem Raum ausgesprochen komplexe, vielschichtige, subversive Gesamtaussagen konstituieren. Es fehlt allerdings noch ein Aspekt in dieser Rekonstruktion, denn ich habe ja von der Rekontextualisierung gesprochen und hier ist nochmal das Menorah-Mean und wir sehen, dass es ja mit verschiedensten, auf verschiedenste Arten und Weisen immer wieder neu umgesetzt wird. Es sind unterschiedlichste Targets, die aufgerufen werden. Die K-Pop-Party wird mal projiziert auf Klassenarbeiten, auf Marathons, Weisheitszahn-OPs und so weiter und so fort. Alle Realisierungen sind immer Adaptionen und Variationen von Vorlagen und sie arbeiten gemeinsam mit dem metaphorischen Potenzial des Sounds mit und genau das nennen wir ja Mimification und ich glaube, dass die Metaphorisierung ein ganz wichtiger Motor und eine Vollzugsweise dieser Mimification ist. Jewett und Kress haben mal so formuliert, Modes are broadly understood to be the effect of the work of culture in shaping material into resources for representation. Also, dass Sounds überhaupt als Vollzugsweise oder als, wie soll man sagen, als Medium für Metaphorisierungen in dieser Weise dienen können, ist einfach ein Effekt dieser Mimkultur, die sich auf TikTok etabliert und genau, das ist die Basis für die Funktion von Sounds und ich wollte damit auch zeigen, dass es so etwas wie kollaborative Metaphorisierungen gibt, die Ausdruck der TikTok-typischen Distributed Creativity sein können, wie Kay sie kürzlich beschrieben haben. Good night. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.